Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Lollipop-Chainso. Komm Spring-Mädel! So, jetzt hab ich's doch gleich geschafft. Komm, steh auf, Mädel! Steh halt auf. So, den haben wir auch getroffen. Jawoll! Oh, nö! Ach, komm, um drei Punkte? Oh, na gut. Dann halt nochmal. Jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Die Superbasketballer umkicken. Halt an! Halt an! Mit was? ZOMBIE BASKETBALL! Time you're killing of zombies. How many points can you rack up? You're talking about glory. It seems like a one-sided game. Cool, I'm ready to go. Let's put the round thing in the goal case, Nick. Three points. That's a... Bastion. Nice job! So, diesmal verschwenden wir den Superkampf noch nicht gleich am Anfang. Sondern erst, wenn ein bisschen mehr los ist. Woher kommen all diese Räume-Thinge, wenn du einen Zombie in der Hälfte auskommst? From awesome. Next job! Yeah! 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 So, da ist er, ja? So. Jetzt wird aufgeräumt hier. Na also, geht doch. Einwandfrei. Ruck, zuck. Die Zombies werden schlautert. Incredible game, Juliette. Can't wait, to see you in action again. Gut. Das war jetzt fast schon ein bisschen zu einfach. Äußer, lauf! So, hier rum und jetzt wieder da hoch. Los! Oh! Etwas verhungert. Was sind denn das überhaupt für Dinger, die ich da einsammle? Wozu sind die gut? Hm. Nein, noch nicht hoch. Erst da lang wieder. Jetzt umkehren. Sieht irgendwie so aus, als ob sie Staub saugen würde. Okay. Okay. Hier bei euch wieder Schmackes. Let's go! Oh! Schön! So, nehmt mal noch mal Anlauf hier. Ach, okay. So viel zum Thema Anlauf. Uiuiuiuiuiui. So. Das ist schon alles sehr lustig. Jetzt bin ich gerade so richtig schön drin. Los, weiter! Weiter! Das waren noch Zeiten, als bei Konsolen keine Ladezeiten gab. Mann, war das schön. Ja, genau. Ja, genau. Zusammen duschen und dann die Seife aufheben. Das kennen wir doch. Uralter Trick! Ja, genau. Ja, genau. Das kennen wir doch. Ah, jetzt seh ich das erst da rechts. Das sieht man dann auch noch im Spiel. Das ist ja nett. Was willst du denn hier? So, Superkampfmodus und schon ist er tot. Oder sie. Was ist das hier? Nick-Ticket. Was zum Pimmel ist hier eigentlich los? Na, sauber. Ja, ich hab ihn. Ich mag ihn. So, und dann den hier noch. Oder besser gesagt, die hier. Ja. 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 Hallo, ich seh nix. Außer einfach abgefremdten Beinen. Was benutzt ihr den hier? Aha. Ja, ich weiß. Es ist nicht jemand anzurufen. Interessiert mich aber nicht. Was soll ich jetzt hier machen, bitte? Aha. Aha, okay. Also wieder Quick-Time-Event. Und jetzt? Was ist da oben? Hä? Also, so ganz weiß ich noch nicht, was sie jetzt von mir wollen hier. Wenn ich hier die Taste B drücke, okay. Aber hier geht's nicht weiter. Warum? Ah! Achso. Das muss einem doch mal jemand vorher erklären. Und vor allem nicht so schnell erklären. Oh, mein Shop hier. Halt! Oh, Mann! Juliette? Es ist Cordelia. Nur ein Tipp, Sis. Aber du riechst zu viel, als du Zombies hattest. Von einer Distanz benutze deinen Haltung. Was willst du von mir? Schwesterherz, Lästerschwein, Schwesterlein. Ich schaue jetzt erstmal, was es hier gibt. Wie es aussieht mit meinen Ersparnissen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, was war denn da? Als das Tolle. Der hier, der 740er, da muss ich noch jahrelang drauf sparen, ey. Ah, hier schon wieder. Nick, es würde wirklich cool sein, wenn ich einen MPS-3-Player in deinem Vorherrchen bekomme. Ein Freund und ein iPod, alle in einem. Du hast mehr Rüge in meinem Bezug. Du merkst, das ist komplett degradiert, oder? Aua. Komm, ich wollte eigentlich springen und dann kicken. Und dann köpfen. Einfach gegenrennen wieder, oder was? Nee, dachte mir noch, dass ich davor irgendwas machen muss. Irgendwas kaputt machen muss, oder? Ah, mein Freund Nick aktivieren, mal wieder. Wirklich, wenn ich wieder eine Steine habe. Selbst wenn sie wirklich lang sind. 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 17, 12, 14. Es ist sehr heiß! Ich komme gerade nicht drauf. Sie sind richtig, dass das Licht nicht zweimal schreift. Es schreift ca. 18 Mal. Okay, das tut richtig weh. Das heißt, wir sollten doch lieber abhauen. So, nehmen wir sicher, jetzt haben wir mal einen Rolly. Dann wäre genug. Das ist ja schon sehr lustig. Jetzt kommen auch noch Feuerwehrmänner. Mein Gott, ey. Aufstehen, aufstehen. So, nehmen wir unseren Rolly. Also, jetzt tut's schon ein bisschen weh hier. Vor allem, ich kann den hier nicht kicken. Der lässt sich nicht kicken. Also muss ich ihn lühsam erschlagen. Paul! Stirb. So, nehmen wir mal noch klein. Das ist meine Hacke, Petra, was? Okay, das verstehe ich als Aufforderung zu gehen. So, und hier spielen wir jetzt Sonic. Heh, gewissermaßen. Was denkst du, Nick? Komm, das wollen wir nicht liegen lassen, das Zeug hier. Was immer es auch ist. Und dazu die passende Mucke. Oh, schade, da kann ich mehr zurück. Schade, 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 schade. Ich sehe die ship. Ich stelle. Was mache ich.